Wohin darf ich Sie fahren? Links, rechts, oben, um, nach oben. Herr Blume, Herr Blume, Ihre wohlmanikürte Hand. Sie haben ein kostbares Geschmack. In meinem Gottes willen, nehmen Sie mal diesen Bischofsring da weg. Sie dürfen... Sind Sie gar ein Von Blume? Ist das ein Siegelring? Nein, für Von Blume hat es nicht gereicht. Schade. Von Blümchen vielleicht? Es ist sehr witzig, sehr witzig. Die Elite, die es gibt, ist eine, die sich nicht an Klassenfest macht, sondern an Taten und an Leistungen. Die Haupttat jeden Morgen ist, wie bringe ich mein Vermögen am Fiskus vorbei. Da können Sie sehen, was mit oben und unten passiert, wenn die zu weit auseinander gehen. Am Schluss fällt nämlich dann alles zusammen in die Binsen. Die Ursache ist, dass die oben zu wenig zugehört haben. Nicht, dass sie zu weit weg waren im Sinne von Geld, sondern die Gefühle der Leute unten und mancher oben eben auch haben sich aus dem vernünftigen Konzert verabschiedet. Mein Gefühl ist, Sie sollten jetzt einfach mal rechts ranfahren und ich stecke aus. Nein. Sie fahren jetzt noch ganz lange mit. Oben und unten. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.